Oh, ich sollte weiterspielen. Geht ja nicht, wir haben keine Coins mehr. Ja, aber dann sollten wir vielleicht welche aufladen. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Oh, ich hab meinen Namen. Auf FIFA. Hast du Lust? Ja, bei mir. Komm mit. Ist das nicht dieses Glücksspiel? Nein, nein. Ist kein Glücksspiel. Hast du schon mal gezogen? Nein, noch nie. Ich weiß gar nicht, wenn ich das mal an der Xbox rauskomme. Holen. Ich hab grad Pizza geholt, du hast es gesehen. Oh. Das ist ja geil. Zieh irgendein Pack, was du willst. Wir haben 700.000 Coins. Zieh irgendein Pack. Worauf du Bock hast. Soll ich dich so interviewen? Soll ich festhalten? Okay. Leute, Adam zieht jetzt sein erstes Pack in FIFA, glaube ich. Ich glaube, das ist hochwertig, weil das kostet 700.000, oder? Junge. Zieh einfach, wenn du willst. Zieh einfach. Wir können das aber nicht verkaufen, ne? Das heißt, 700.000 Coins, wenn da jetzt Scheiße kommt, dann ... Also das ist ein SBC, da müssen wir das machen. Kostet normalerweise so um 70 Euro. Dieses Pack, oder 60 Euro ungefähr. Aber wenn du willst, zieh. Du musst zeigen. Die Leute kennen sich bestimmt damit aus. X. Also 700.000, ich zitter schon, Chad. Ich würde das niemals ziehen, aber zieh. Drück X. Okay, jetzt. Der Preis beträgt 700.000 Münzen. Er zieht wirklich. Am Ende ist es doch nur virtuelles Zeug, oder? Drück einfach, ich guck nicht hin. Es ist ja, ihr bemesst den Wert danach, was es ... Mach einfach. Okay. Also wenn jetzt nichts ... Es ist ... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ... Das ist doch keine Icon, oder? Was haben wir gekriegt? Musiala 91er. Doch, wir haben eine Icon. Wir haben eine Icon gezogen, Digga! Ey, das ist gut, Adam. Ich hab doch gar keine Ahnung davon. Alter, das ist eine Icon. Guck mal, was der Chat sagt. Wie viel hat mich dieses Glücksspiel jetzt gekostet? Ey, das ist eine Icon. Loll. Null. Ey, das ist wirklich ... Das ist eine Icon. Weißt du, wie viel die kostet ... Normalerweise kostet? Fünf? Euro? Fünf Millionen, sechs Millionen, vier Millionen. Das ist eine Icon, Leute. Guck mal, was die sagen. Zeig mal. Zeig nochmal den Baresi, der da im Hintergrund ist, bitte. Zeig mal bitte den Baresi. Wir haben eine Icon gezogen. Guck mal, drück mal X. Adam, du hast keine Ahnung, was du gezogen hast, ne? Guck mal, wir haben Musiala gezogen und wir haben Baresi gezogen. Innenverteidiger. Wir haben eine Icon gezogen. Ey, ich freu mich. Frag mal Trimax, was das heißt. Der gibt dafür sehr viel Geld aus, weißt du doch. Und du hast jetzt gerade im ersten Pack eine Icon gezogen. Es hätte schlecht laufen können. Das Icon gezogen? Alter. Ja, das ist ... Ja, er weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Und Musiala hat er auch noch gezogen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir jetzt echt viel Glück und das ist viel wert. Oder du versuchst mich gerade heftig anzufixen. Okay, wir gucken jetzt, wie teuer der ist, okay? Okay. Also Musiala ist auch teuer. Warte, komm. Erstmal speichern wir komplett. Ja, die müssen wir, die müssen wir, weiß ich nicht. Die stoßen einfach alle ab. Warnung, Warnung, Glücksspiel kann sich dich machen. Ja, ich sitze jetzt so aus. Guck jetzt, Baresi, ne? Das ist eine Icon. Du hast ... Ja? Ja? Frag mal den Chat. Guck mal, du gehst jetzt auf Transfermarkt. Transferliste. Jetzt gehst du auf Transfermarkt. So, Baresi. Das ist eine Icon. Das, was du gezogen hast, ist ... Guck mal. 104, okay. Der war doch nicht so viel. Aber der hat auch kein Bild. Jetzt gehen wir auf Musiala. Musiala ist aber Mehrwert. Aber das ist eine Icon. Hallo? Deine erste Maikin. Hier, warte. Da müssen wir auf ... Timo Stuyier war das, ne? Ja. War das Timo Stuyier? Das erinnert mich ein bisschen an McDonalds Monopoly, wo ich meine Pommes gewonnen habe. Warte, der 91er. 1,4 Millionen. Boah. Also schon mal gut. Er versteht, glaube ich, nicht, was hier gerade passiert. Also sind wir jetzt Millionäre? Ja. Wie viel Anzahl kriegt ihr? Ey, das Problem ist, das war einfach ein Untrade-Pack. Das heißt, ich kann dieses Pack nicht verkaufen. Das heißt, du hast meine 700.000 Coins genommen. Das ist untradeable. Aber war auf jeden Fall gut. Dankeschön. Danke für die Möglichkeit. Ja, kein Problem. Und auch, dass ich das jetzt im Grunde jetzt ... Also ich verstehe das jetzt schon mal ein bisschen weniger als vorher. Guck mal, ich zeig dir das mal. Ich habe hier ... Die habe ich gezogen, ne? Das kann ja mal der ... Die hat jetzt ... Guck mal, die wurde verkauft für eine Million. Das kannst du sehen. 968.000. Aber was? Knöpfe? Nein. Ein Spieler. Münzen. Bei Wut. Geil, ey. Aber gut. Du hast auf jeden Fall ... Adam, wir haben eine Icon gezogen. Du kannst dich stolz fühlen. Erstes Pack. Das versuchen die Teesis schon die ganze Zeit. Oh, ich sollte weiterspielen. Ja, nee. Geht ja nicht. Wir haben keine Coins mehr. Ja, aber dann sollten wir vielleicht welche aufladen. Ja. Vielleicht haben wir doch nochmal so viel Glück. Ja. Ich habe bei meiner Kreditkarte ... Die haben hier ein Limit eingeräumt. Okay, ist gut. Lass uns bitte weiterspielen. Komm, lass uns doch. Ich habe aufgeladen alles. Aber wir haben doch Glück. Guck mal, wir haben noch 45 Coins. Wir können noch ein Pack ziehen, okay? Ja, lass uns noch ein Pack ziehen. Ein Pack können wir noch ziehen. Aber wir können auch aufladen. Nein, nein. Alles gut. Mach mal No-Spec. Komm, wir müssen uns einmal umdrehen und dann muss Nico ziehen. Und wenn es was Gutes ist, dann haben wir Glück, okay? Wir drehen uns einmal um. Ja. Aber der Chat kann ruhig gucken. So machen wir das. Adam, wir müssen uns umdrehen. Der Chat kann ruhig gucken. Die Maschine will geben. Ja, ja, ja. So. Dreh dich um. Dreh dich um. Du darfst nicht gucken. Adam. Ich gucke nicht. Du musst so gucken. Wir müssen einfach nur dran glauben. Was siehst du? Ist durch? Also ich sehe viel Gewinn. Okay, ich. Drei, zwei, eins. Nicht so. Scheiße. Aber er hat Tore gemacht. Immerhin. Bei Liverpool, bei Jürgen Klopp. Ist er gut aufgehoben. Vielleicht ist da hinten noch was? Schade. Ich bedanke mich sehr. Okay. Lass mal Adam auch noch eins ziehen. Ja, wir haben noch ein Gratis-Pack. Ja. Möchtest du noch ein Gratis-Pack ziehen? Das Problem ist, dass ich gerade verabredet bin. Okay. Dankeschön trotzdem. Aber nächstes Mal gerne. Aber danke fürs spontane Anbieten. Ach, kein Problem. War cool. Aber du hast ein Icon gezogen. Das ist schon mal was sehr, sehr Wichtiges. Okay. Gut. Diulo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.